Bei tollstem Mai-Sonnenschein und mit einer Menge guter Laune trafen sich viele Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern, um den Europatag auf der Farm zu feiern. Einmal im Jahr findet dieser Aktionstag statt. Ja, also es ist definitiv so, dass wir jedes Jahr eine Europawoche beim Träger begehen, wo alle Einrichtungen, die ganzen Kindertagesstätten mit eingeschlossen sind. Und wir zählen ja auch zum christlich-sozialen Bildungswerk. Und das ist Tradition geworden, dass ja seit 1950, wo im Prinzip gegründet wurde der Europatag, diese Tradition fortgesetzt wird. Und wir jetzt jedes Jahr einen Europatag durchführen. Und dieses Jahr ist es eben gerade mal der 6. Mai. Das absolute Highlight des Tages war auf jeden Fall der Besuch des Landrates Michael Harig, der ganz viel gut durchdachte und knifflige Fragen der Jugendlichen beantworten musste. Das Unternehmen gerade hier in diesen ländlichen Räumen und Heuerswerda ist auch ein ländlicher Raum, zwar im Zentrum im ländlichen Raum, aber ländlicher Raum. Wir haben gegenwärtig in Schwarze Pumpe wieder mehr als 4000 versührungswichtige Arbeitsplätze. Wir denken gegenwärtig auch das Thema Seenland. Einige würden da vielleicht ins Schwitzen kommen, nicht so Politik-Profi Michael Harig. Jede Frage wurde für die Zuschauer verständlich beantwortet. Weniger. Ich war sehr überrascht, dass die Kinder und die jungen Leute so ganz gezielt nachgefragt haben nach Kultur- oder Freizeiteinrichtungen hier in der Stadt. Also da sieht man, dass man da schon Interesse hat und sich Gedanken macht, ob das morgen noch angeboten wird, beziehungsweise wie das übermorgen aussehen könnte. Der Spaß kam natürlich auch nicht zu kurz. Soweit die Augen blickten, sah man viele Stationen, die für super Unterhaltung sorgten. Großen Antrang gab es vor allem beim Pferdereiten und beim Schafestreicheln. Es war also für jeden das Richtige dabei. Ja, also am besten finde ich hier die Tiere. Darum bin ich ja eigentlich hier auch jeden Montag, manchmal auch Mittwoch. Also mir gefällt auch das Reiten am besten und das ist halt so cool, dass wir auch selber Fragen stellen dürfen. Also mir gefällt hier am besten eigentlich, was hier alles so gibt zum Essen, weil ich habe noch nie in der Bratwurst gegessen, wo Spargel drin war. Und ansonsten gefällt mir auch, dass man hier so Fragen stellen kann an den Landtag. Mir gefällt es sehr gut hier, weil man hier so vieles machen kann. Ja, und das mit dem Reiten. Ja. Das mit der Hüpfburg, dass man hier viel machen kann. Die Tiere gefallen mir am besten und auch, dass man Fragen stellen kann. Auch für das leibliche Wohl wurde genügend gesorgt. Auf dem kleinen Maimarkt mit regionalen Spezialitäten fanden sich viele Leckereien, um den kleinen Hunger zwischendurch zu stillen. Da wurde beherzt zugegriffen und geschlemmt, was das Zeug hält. Am Ende konnten alle Gäste des ereignisreichen Tages mit hoffentlich mehr Wissen und einem vollen Bauch nach Hause gehen.